Herzlich willkommen auf der SPS IPC Drives in Nürnberg. Erleben Sie hier in Halle 6, Stand 210, die Möglichkeiten zur Optimierung von Engineering-Prozessen für Komponenten, Anlagen und Maschinen in der gesamten industriellen Wertschöpfungskette. Am Anfang des Prozesses steht die nahtlose Integration zwischen Engineering-Daten und Produktdatenmanagement. Mit dem neuen SAP Interface ist ePlan das erste und bislang einzige CAE-System mit zertifizierter Direktintegration auf der SAP-Preisliste. Ihr Vorteil, der komplette SAP-Workflow unterstützt disziplinübergreifend den Durchlauf der ePlan-Daten. Ein wichtiger Schritt in Richtung Mechatronik. Mit 13 Community-Partnern und den Firmen aus dem Unternehmensverbund der Friedhelm-Loh-Gruppe präsentieren wir effizientere Schnittstellen, Lösungen und Methoden, mit denen Sie Ihren Engineering-Prozess in der Automatisierungstechnik noch durchgängiger gestalten. Aktuell haben wir die Zahl von 100 Herstellern geknackt. Im Data-Portal sind jetzt weit über 500.000 Komponenten gelistet. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, weitere 1,2 Millionen Datensätze via Konfigurator direkt projektspezifisch zusammenzustellen. Gerätehersteller profitieren von neuem Parts Data Wizard. Diese Technologie ermöglicht die schnelle und einfache Aufbereitung von Gerätedaten zur Bereitstellung im ePlan-Data-Portal. Davon wiederum profitieren weltweit über 90.000 Hersteller, die diese Daten verwenden, um ihre Prozesse weiter zu beschleunigen. Die Automatisierung der gesamten Prozesskette rückt weiter in den Mittelpunkt. Mit der Integration der Kiesling-Maschinentechnik in die Rittal Automation Systems können wir dem Steuerungs- und Schaltanlagenbau zusätzlich zur Systemtechnik und zu den passenden Softwarelösungen jetzt auch alle erforderlichen Bearbeitungstechnologien für den Fertigungsprozess zur Verfügung stellen. ePlan bietet hierzu eine Vorschau auf die Smart Wiring Application. Sie unterstützt den Verdrahter direkt in der Werkstatt und liefert alle für die Verdrahtung erforderlichen Informationen und visualisiert die Verlegewege. Das Zusammenspiel der Engineering-Disziplinen auf einer einheitlichen Datenbasis präsentieren wir anhand unseres neuen Messe-Exponats am Fallbeispiel einer Schleifmaschine. Reale Komponenten stehen dabei stellvertretend für die beteiligten Disziplinen. Der Weg vom Entwurf des virtuellen Prototypen inklusive der Automatisierungskomponenten bis hin zur zugehörigen Steuerung im Schaltschrank und der fertigen Maschine wird dabei transparent. Das Bindeglied zwischen den Wertschöpfungsketten Engineering und Steuerungs- und Schaltanlagenbau ist der Schaltschrank. Alle Bauteildaten, Verbindungsinformationen und die passend ausgelegte Klimatisierungslösung werden vollständig an die Fertigung übergeben, sodass diese hochgradig automatisiert werden kann. Diese intelligente Fabrik der Zukunft ist modular aufgebaut und ermöglicht die flexible Fertigung. Haben Sie Fragen zu Losgröße 1, zur Verknüpfung von Prozess- oder Anlagendaten mit dem Schaltplan oder zu innovativen mobilen Maintenance-Konzepten? Finden Sie die Antworten hier in Halle 6 oder in Halle 3a bei ePlan in der Smart Factory oder auf dem Gemeinschaftsstand Automation meets IT. Besuchen Sie uns auf dem ePlan-Stand und nutzen Sie unser Know-how oder erweitern Sie Ihr Wissen in unseren Experten-Dialogen aus dem ePlan Experience-Programm. Wir freuen uns auf Sie!